Oh Gott, jetzt geht's wieder mit der Prüfung los. Die zweite Prüfung. Renorad versteht einfach nicht die Macht der Magie, die er benutzt. Das ist ein ziemlicher Fehler und ich glaube, das wird ihm noch das Geneck brechen. Okay, so erstmal. Ich muss mich erstmal umsehen. Wie funktioniert das hier? Ich muss mich erstmal umsehen. Ah, okay, hier ist... Da geht's weiter. Aber wie komme ich dorthin? Ah. Okay, also ähnlich wie in der ersten Prüfung. Aha. Äh... Ja... Wait a minute... Wenn ich hier rein, kann ich hier gehen? So... Okay... Also... Hm... Ah, ich glaube, ich verstehe. Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Hm... Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Ach hier. Ah. Ich geh nochmal auf die... von der anderen Seite rein. Dann seh ich ja, dass das Ding so steht, ja. Oh... Ich muss wahrscheinlich von dort aus rüberspringen. Oder? Jetzt liegt das Ding... dort. Oh Gott. Ah? Ah? Ach! Moment! Wenn ich jetzt so... Oh, ups. Nein. Ich... Hm... So vielleicht. Wenn ich jetzt so durchlaufe? Aha. Ich komm da nicht rüber. Wie krieg ich das hin? Ich laufe nochmal durch den Torbogen. Vielleicht ist dann diese Berüstung weg. Ich guck mal grad durch. Von hier aus... nicht. Ach. Ha. Ist hier noch irgendwas, was ich benutzen könnte? Nein. Oh. Wenn ich jetzt hier durchlaufe, dann sehe ich ja diese Säule. So. Ah. Hoppala. Das. Ich muss... Ich muss... So. Aha. Aha. Wie krieg ich das auf die Reihe? Warte mal. Wenn ich jetzt... Dorthin stelle. So. Nein. Andersrum. Ich muss von der Seite reingehen. So. Nicht. Jetzt so. Genau. Jetzt habe ich die Säule dort oben. Was bringt mir das? Auf jeden Fall kann ich schon mal rauf springen. Das ist schon mal von Vorteil. So. 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 Wow. Ich habe die Idee. Ich habe, glaube ich... Ich habe, glaube ich, eine Idee. Das Ding schwebt jetzt, ja? Hoppala. Aber sinkt zu Boden. Wenn ich es jetzt da so schweben lasse, mich beeile, da drüber zu laufen... Ah! Verdammt. Das funktioniert nicht. Aber ich glaube, der Ansatz ist gut. Oder andersherum. Könntest du andersherum vielleicht besser sein? Ich muss gerade die Dinge mal ausprobieren. So. Warum ist hier eine Steinsäule? Hm. So. Und diese... Und diese... Dieser Würfel... Den... So. Wenn ich den... dort einmal hinstelle, dann komme ich ja auch rüber. Ne? Vielleicht... geht das ja. So. Nein. Aber so komme ich ja auch rüber. Das ist doch... Das war doch ein bisschen einfacher, als ich gedacht habe. Aber gut. Gut. Sehr schön. Die erste Hürde ist geschafft. Weiter geht's in den nächsten Raum. Hm. Ah. Hier geht's anscheinend wieder weiter mit der ähnlichen Sache. Hier ist wieder die alte Magie. Okay. Ah. Jetzt ist sie... Jetzt versperrt das Ding mehr den Weg. Wenn ich jetzt so... Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Genau. Genau. Das meine ich ja. Ah. Guck. 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 Damit kann ich die wahrscheinlich verschieben. Oder? Genau. Ah. Ha. Jetzt muss ich... Ja. Genau. Das war einfach. Und gleich kommt wieder ein Gegner. den ich wieder niederstrecken muss. Okay. Oh Gott. Oh, hallo! Sind ja gleich mehrere geworden. Hallo! Oh. Oh, oi, oi, oi. So. Ist schon wieder einfach. Oh, ist schlecht. Ein bisschen alte Magie sammeln. So, wo ist er denn? Hallo, oh, oi, oi, oi. Oh, geschafft. Okay, ich glaube, das war noch der einfachste, der einfachere Gegner. Ich glaube, da kommen noch ein paar andere. Das war noch nicht, das ist Ende der Prüfung, definitiv nicht. So, weiter geht's. Okay. Jetzt muss ich mich gerade mal ein bisschen umgucken. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie? Ja. Ach, oh! Ach, so. Warte, die Dinger, die drehen sich. Okay. Was? Okay, hier komme ich. Mal drehen. Dann geht's wieder so rum. Aha. Gibt es jetzt woanders eine Möglichkeit zu... zu sagen, ey, dreh dich? Oder muss ich von der Seite aus sagen, dreh dich? Nein. Oh, wait. Das war's doch schon. Wow. Alter, ich krieg die Krise mit diesen, äh... mit diesen Treppen. Okay. Das war... relativ simpel. Aber ich glaube, das war noch... Das war noch nicht der... Ja, das eigentliche Ding der Prüfung. So. Diese Säule. Die dort... Ist... Was? Hallo? Wo? Sind die Gegner? Ich seh sie nicht. Hier ist eine Säule. Ah! Jetzt hab ich sie gerade... Wow! Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht. Hallo? Wo ist er denn? Scheiße, muss ich hier gerade mal durchsehen, um ihn sehen zu können? Fuhr! Ach, da ist es. Hallo? Wo ist er denn? Ach, da. Alter, das ist unfair. Alter, das war unfair. Okay. Ähm, also... Ist hier... Ja, ja, ja... Wenn ich jetzt hier... Kurz... Das reichen... Nee, glaube ich nicht. Noch ein kleines bisschen... Hier hin. Auf die Markierungen richten die Torböden neu aus. Vielleicht geht's auf der anderen Seite vorwärts. Auf die Markierungen... Hä? So, das... Das sitzt ja gar nicht richtig. Oh. Wenn ich jetzt von der Seite aus gucke... Genau, dann ist die Säule wieder da. Ruhe. Ach, was? Come on. Ist das euer Ernst? Und jetzt brauche ich hier die Säule. Von hier aus. Zack. So. Nee, so rum nicht. Jetzt. Genau, so muss die Säule zu sehen sein. Oh. Ist es möglich, ein dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Ach so. Jetzt sehe... Hm. Durch den Torbogen durch. So, also. Komm her. Wenn ich jetzt den durch den Torbogen ziehe... Ja. So. Moment. So. Und jetzt komme ich hoch. Oh, ich will nicht runterfallen. Perfekt. Perfekt. Gut. Jetzt muss ich wieder... Dagegen. Damit ich nämlich hier wieder hinkomme. Wow. Ha. So. Okay. Das war cool. Oh Gott, ey. Wie diese... Trapang. Das macht mich kirre. Was ist das? Ach so, das ist ein Licht. Aha. Eine Truhe. Mega Powertrank. Gut. Ach so, von da komme ich gerade. Oh. Okay, was erwartet mich hier? Wieder ein Gegner? Was anderes? Aha. Ach, ich wusste es doch. Gut, das war einfach. Muss ich mich gerade hier nochmal kurz zurechtfinden. Okay. Wo geht es hier lang? Das sieht mir wie der Ausgang aus, aber das war doch noch nicht die Prüfung. Also, das ist alles der... Oder doch? Oh. Äh? Okay. Ich glaube, hier geht es doch dann zum Ende. Dann laufe ich doch nochmal gerade zurück. Ich kann nicht. Fuck. Gut. Dann, ich glaube, jetzt kommt der Endkampf für diese Prüfung. Oder? Hier ist noch ein Tor. Okay. Ja. Ich sehe einige und ich sehe einige nicht. Ich muss aufpassen. Aufpassen. Ausweichen. Aua! Huch, dann war ich jetzt zwei Minuten, egal. Oh Gott, oh Gott, oh! Jetzt muss ich mal gerade hier durchlaufen, damit ich mir die anderen angucken kann. Jawoll. Oh oh, jetzt kommt der, jetzt kommt der Obermacker! Oh Leute, du Scheiße! Der Obermacker ist wieder da! Und wir haben zu kämen! Oh Gott! Oh nein, den Bäumen! Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Oh Alter! Alter, der hat's in sich! Oh, ich hätte Zubbies... Wenn der gelbe oder gelbe oder lila Blasen macht, dann kann ich ihm dadurch seine Energie entziehen. Verstöre die Sphäre, wenn sie sich auflädt. Ja! So, okay. Ohohohoho! Alter! Ach, die Scheiße! Alter, der hat aber auch... Geschafft! Alter! Wer hatte es in sich? Wahnsinn! Wir kommen zu... Na endlich! ... zum Denkarium! Alter! Das... Das war... Das war... Also, wow! Die Prüfung hatte es in sich, aber mega! Sehr geil, sehr, sehr geil! Und wieder so eine Statue! Ich dachte ja erst, das wäre irgendwie die Mittagkammer des Schreckens, aber nein! Das hat ja einfach nur was mit dem Denkarium... ...getun! So, erstmal hier das noch einsammeln und dann schauen wir uns die Erinnerungen von Charles Rockwood an. Hol... Oh, maaa... Oh, maaa... ... Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Hm? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Nee, sie sind nicht. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Ist das der Schmerz? Das ist... Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Oh nein, das ist... Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Das ist die Magie, die R-Rainrod benutzt. Das ist die Magie, die R-Rainrod benutzt.